Wie sehen Sie in der Digitalisierung natürlich jetzt auch die Einflüsse auf das Kreditgeschäft. Das Kreditgeschäft ist derzeit das große Wachstumsvehikel für alle Geschäftsbanken, aber auch Regionalbanken. Es ist gleichzeitig auch eine der Prozesse, die am meisten Kapazitäten bindet und die meiste Komplexität abbildet. Und deshalb ist natürlich Digitalisierung hier der große Hebel, Effizienzen zu gewinnen, aber auch die Kundenorientierung zu erhöhen. Das heißt, wir sehen hier Entwicklungen, End-to-End-Digitalisierung, aber auch die Nutzung von digitalen Enablern, die letztendlich Prozessschritte erleichtern. Wir sehen dort eine Entwicklung in Richtung der digitalen Ökosysteme, wo Banken versuchen, neben dem Kredit noch weitere Produkte letztendlich zu vertreiben. Wir sehen aber auch natürlich die Nutzung von Fintech-Lösungen, die stärker kooperieren als disruptieren. Und wir sehen natürlich auch den Einzug von Big Data und Smart Data Lösungen, wo wir uns überlegen, wie wir Daten am besten nutzen können, um den Prozess noch besser zu gestalten und noch besser auf den Kunden einzugehen. Genau diese Trends versuchen wir derzeit auch abzubilden in der Webkonferenz. Wir haben hier ein schönes Format, wo wir sehr kompakt noch mal aktuelle Entwicklungen im Kreditgeschäft vorstellen, mit verschiedenen Referenten unterlegen. Und ich denke für die Teilnehmer auch ein sehr schönes digitales Format, um sich noch mal sehr kompakt zum Jahresende zu informieren, was so die neuesten Entwicklungen sind. Und ich denke für die Teilnehmer auch ein sehr kompakt zum Beispiel, was wir sehen, wie 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 wir sehen.